Aber das Konzept steht. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich haben. Bis... Ah, der lebt ja noch. Was haben Sie da, Jungs, Jungs? Wartung! Soll ich mich denn? Ah! Ah! Oh, I'm a medic. Ich habe Sprengstoff gefunden! So, da war noch hinter dem Zaun noch welche. Wir haben hier Sprengstoff! Oder wir nehmen weiter eine Bombe und tragen sie halber zum Steg. Oh, da kommen wir gar nicht ran. Sobald wir eine hochnehmen, kommen ja die Ersten. Mal, ich nehme jetzt hier eine hoch. Hunde. Wow, wow. Wow, wow. Hunde? Ich höre nichts. Oh, jetzt höchste. Mach sie weg. Ich bin... ganz. Scheibenkreis, da muss ich denn da wieder. Ja, geh weg! Gebt doch einfach aus! Gebt doch einfach aus! Holst du! Stellung halten! Da kommen noch mehr Gegner! Wir sind besser, Freundchen! Durchhalten! Ich bring die Erste! Ach, beim Heilen erschossen! Pass auf, der ATZ-BG! Trägst du noch? Ich bring noch eine Rakete, eine... Oh, wir haben von der Seite Beschuss. Es ist noch nicht vorbei! Meine Rakete, zwei... Die Versetzung muss heilen! Scheiben nicht gerade. Wo ist er? Vorsicht, da ist ein Flammenwerfer! Ich bringe halt, ich bringe die Treppe, ich bringe die Flammenwerfer. Shit, lad doch jetzt nicht nach! Scheiße! Oh, nee, das wird hier nichts. Wir müssen hier wegkriegen, ich bringe das Schiff schon mal. Ich lade! Ich lade! Oh, das gibt's doch nicht! Bist du dort? Neee! Ich hab kaum noch Munition! Munition ist näher! Ich hab keine Munition mehr. Du noch was? Ach, der Schuss! ich bin gerade auf dem weg nach oben pass auf scharf schütze hunde hunde lade ich auch schon runter aber schon runter kein hund sie sind hier scheiße wo bist du lass mich das nicht der muss erst weg scheiße scheiße wie lange hast du noch ich kann mich nicht mehr bewegen doch jetzt ich werde mal nachladen schützt das Schiff auf uns ja ich lade nach da sind Gegner hier ist Munition ich werde dich mit völlig viel Wasser die hunde muss heilen lade nach lade nach ich werde nachschub schicken ich werde nachschub schicken du bist nur ein Gelegenheitsziel ich schweil doch einen das Schiff macht mir so auf mich ja vor allem den wo haben wir den Müffel hast du geschossen oh nichts das Schiff macht mir so auf mich ja zweimal zweimal wir haben hier Sprecher scheiße ich weiß nie wer geruft die oder wir Sprechstuf hier heilige scheiße Muslar was soll das du bist du noch da pass auf kommt einer ja eigentlich wo kommt der her ja mehr Kugeln ich hab schon ganz andere als dich erledigt fast zocken Position hier was ist hier was ist hier wir legen hier alle einen nach dem anderen Punkt ja ich werde jetzt noch mal einen Raketen schnappen und dann werde ich mal die versuchen jedenfalls ein bisschen näher anschließen warte mal hast du schon ja aber man kann hier noch nicht mal sprinten oder sowas ich glaube wir haben es ich weiß nicht ich hab das ganz blöde Gefühl dass hier gleich die Luzi abgeht dann warte bis du näher bei mir bist warte 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 kannst einlegen die andere liegt direkt hinter dir wo ist die Rakete hin wo ist die Rakete hin da werden noch ein paar nötig sein hol welche da ist noch eine gut die wollten es uns nicht zu leicht machen ne ich komm ich komm ich dreh mich um hopp alter man ja ich laufe ich kann mich nicht mehr hier springen und nicht mal irgendwie aber ich denke das sollte es jetzt echt gleich gewesen sein so hier auge um auge schalte die restlichen söldner aus na hurra aber das war es dann wohl wie das war es dann wohl scheisse sniper da ist irgendeiner mit raketenwerfer der kommt hier zu uns runter ich muss das versorgen keine munition mehr das gibt es doch nicht ich bin gleich da ich bin gleich da wo ist runter hier vom dach verflucht der mist scharfschwitzel in deckung du hast keine deckung mann keine chance und dann läuft doch noch irgendwo der andere rum ja der ganz große der schwierige hier hat auch nichts mehr die zwei her wir reißen uns den arsch auf und die du tust dir auf hier rumzuschwallen schluck das du verdichtes stück das gibt es doch nicht schlüsselte daten gefunden was wo es ist durch das kapitel ist durch ganz schön level gestiegen habe jetzt acht ja echt nur sie in die nüsse unter die gürtellinie freigeschaltet in die nüsse ja ich auch zum decodieren es sind decoder verfügbar was auch immer das sind ich weiß das auch nicht da ein prozent was ist das hier ich habe die meisten spezialkills ey ich habe die meisten kopfschüsse trotzdem die wettbewerbsgewinner bin ich auch ja freischaltung high speed ak7 ich habe dich doch mehr als einmal wiederbelebt ich habe die meisten machidenkills ich habe die meisten xps ak ist mir fit ist dir bewusst dass wir auch auf fleisch gespielt haben ja also auf schwer möchte ich das auch nicht spielen jedenfalls nicht mit zwei mann wir sind wir sind wir sind das wir sind